Ja, ich bin jetzt im Labor der HBLA Gumpenstein. Ich habe ein bisschen Angst, weil da wird ein Versuch gemacht, Frau Professor. Ja, und zwar wir zeigen den Versuch, der nennt sich Elefantenzahnpasta. Sie wird von einem Schüler vorgeführt. Also man mischt zwei Flüssigkeiten zusammen, beobachtet, was passiert. Und man kann bereits das Ergebnis sehen. Dieser Versuch gehört zur Redoxchemie. Wir verwenden ein Oxidationsmittel, und zwar Wasserstoffperoxid und Kaliumjotid. Was man da sieht, die braune Färbung, das ist jetzt das Jod, das praktisch bei dem Versuch entsteht. Und die Schaumberge stammen vom Geschirrspielmittel. Ich muss aber jetzt fragen, weil ich ja eine Unwissende bin, wofür verwendet man das? Ja, dieser Versuch, den Versuch selbst, der hat keinen Verwendungszweck. Aber Wasserstoffperoxid als Oxidationsmittel wird in der Chemie vielseitig verwendet. Wofür? Als Oxidationsmittel, was vielleicht bekannt ist, in verdünnter Form zur Behandlung von Mundinfektionen. Nach einer Weisheitszaunbehandlung wird aber sehr verdünnte Wasserstoffperoxid verwendet. Und in der Chemie eben als Oxidationsmittel, um jetzt zum Beispiel Jod herzustellen, zumindest den Schülern die Redoxchemie näher zu bringen. Sind Sie Chemie-Professorin? Ja, ich bin Chemie-Professorin. Was ist Ihnen in Ihrer Zeit, wo Sie hier unterrichten, schon Schlimmes passiert? Ich kann mir vorstellen, dass da einiges passiert. Ja, Schlimmes kann man nicht sagen. Ich zeige gerne eben Showversuche, die Sie finden, allerdings unter strengen Schutzvorkehrungen, Schutzvorschriften vor, unter dem Abzug. Und ich zeige den Schülern gerne diesen Versuch, und zwar Kaliumchlorat mit rotem Phosphat. Das ist eben ein sehr gefährlicher Versuch. Vor Jahren ist da in Graz einmal ein Unfall passiert. Da haben Schüler, sehr experimentierfreudige Schüler, diese Mischung in einem Plastiksackerl herumgetragen. Und die ist dann leider explodiert. Und mit Hilfe dieses Versuches möchte ich eben den Schülern die Gefährlichkeit der Chemie einfach näher bringen. Passiert ist eigentlich nichts. Es explodieren diese beiden Substanzen. Nur wenn man sie schief anschaut, also mehr oder weniger. Und die Schüler haben eben gesehen, dass das wirklich sehr gefährlich ist und mit der Chemie nicht zu spaßen ist. Also ich habe es jetzt überlebt, bin sehr froh. Und ich bedanke mich auch, dass Sie das erklärt haben. Ja, bitte. Gerne.